Wenn ihr wieder ein bisschen Pulled Pork über habt, habe ich genau dieses Rezept für euch. Und zwar die Pulled Pork Röllchen vom Grill. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr da für Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für die Pulled Pork Wraps. Wir brauchen logischerweise Wraps, ein bisschen Finisher-Salz, eine Barbecue-Soße, Pulled Pork, also sprich das, was ihr gerade über habt. Dann könnt ihr Käse nach Wahl nehmen, ein bisschen Apfelessig. Dann habe ich hier einen Senf und eine Mayo. Aus der Mayo machen wir jetzt erstmal die Soße. Da geben wir im Prinzip jetzt mal zwei bis drei Teelöffel Barbecue-Soße rein. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog. Nehmen wir jetzt ein bisschen Apfelessig. Da auch nach Belieben logischerweise ein bisschen Gewürz. In dem Fall Finisher-Salz, auch nach eigenem Gusto, um ehrlich zu sein. Und dann heißt es rühren. Und wenn ihr merkt, es ist noch zu flüssig oder es kann halt noch wirklich vom Geschmack was anderes rein, bedient euch an den Zutaten, die ich gerade genannt habe. Und damit wäre die Soße dann auch schon fertig. Jetzt heißt es, die Wraps bestücken. Dazu ein bisschen Soße, die wir gerade eben zusammengemischt haben, auf die Wraps verteilen. Richtig schön großzügig. Dient auch als Klebemittel, nachher zum Rollen. Auf diese Fläche verteilen wir jetzt ein bisschen Pulled Pork. Das wiederum mache ich nur mittig. Richtig schön großzügig. Das können richtig schön voll sein. Noch ein bisschen hier oben. Hier unten. Da geben wir ein bisschen Käse drauf. Nicht viel. Nur, dass da so ein bisschen Käse mit reinkommt. Und dann heißt es jetzt zusammenrollen. Vom Rollen her ist es eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt jetzt hier erstmal den hinteren Teil vom Web. Geht hier rüber. Geht über das, was ihr da belegt habt. Und zieht es dann im Prinzip so ein bisschen zurück. Das heißt, somit macht ihr das Ganze ein bisschen enger. Und rollt das dann im Prinzip hier rüber. Und schon habt ihr die kleine Rolle fertig. Und die gilt es jetzt in eine feuerfeste Schale zu geben. Als nächstes machen wir erstmal hier hinten, damit wir eine gerade Kante bekommen. Damit die auch nachher stehen bleiben. Dieses kleine Eckchen hier weg. Das natürlich auf der anderen Seite auch. Dazu einmal drehen. Ungefähr so. Und dann halbieren wir den Wrap. Genau in der Mitte. Ungefähr hier. Ja, und dann kommt das jetzt in die feuerfeste Schale. Aus jedem Wrap haben wir jetzt vier Teile geschnitten. Das heißt, nicht nur halbieren, sondern diese halben dann nochmal halbieren. Was wir jetzt als nächstes machen. Und zwar ein bisschen Soße. Die wir noch haben. Über die Wurps halt drüber streuen. Oder drüber verteilen. Ruhig großzügig. Das geht dann in jede Lücke einmal rein. Und wichtig ist halt dabei auch eine feuerfeste Schale zu nehmen. Weil wir wollen gleich bei hoher Hitze. Das Ganze dann nämlich auch überbacken. Ich glaube, das reicht schon hier noch ein bisschen. Und jetzt habt ihr halt noch den restlichen Käse. Der wird da drüber verteilt. Ja, und dann heißt es grillen. Ich habe jetzt den Weber Performer soweit vorbereitet. Das heißt, auf starke, indirekte Hitze. Dazu das Performer-System halt einfach angemacht. Ja, und da kommt jetzt die Pulp-Porkröllchen rein. In den interrekten Bereich, wie gesagt, bei starker, indirekter Hitze von, ich sage jetzt nur 200 bis 220 Grad. Die nächste Viertelstunde. Jetzt die Viertelstunde rum. Wir schauen mal nach. Sieht richtig perfekt aus. Ich nehme es jetzt runter, gibt es noch ein Tellerbild. Ja, und damit sind die Pulp-Porkröllchen auch schon fertig. Das war es. Das Video zu den Pulp-Porkröllchen von dem Weber Performer. Für die genauen Angaben schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Daumen für dieses Video. Falls es noch nicht getan hat, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut auf tobiasgrillt.de nach.